Hessen-Homburg war im Heiligen Römischen Reich vor 1806 eine kleine, von 1768 bis 1806 reichsunmittelbare Landgrafschaft, bestehend aus der Herrschaft Homburg am Fuße des Taunus, der damals die Höhe genannt wurde. Die regierenden Fürsten gehörten dem Haus Hessen an. Von 1622 bis 1768 war es Teil von Hessen-Darmstadt und von 1806 bis 1815 Teil des Großherzogtums Hessen. Es lebte 1815 erweitert um die Herrschaft Meisenheim im heutigen Rheinland-Pfalz als souveräne Landgrafschaft wieder auf, die bis zum Aussterben der hier regierenden Fürstenlinie im Jahr 1866 bestand. Geschichte Altes Reich Die Landgrafen von Hessen-Homburg waren eine von 1622 bis 1866 bestehende Nebenlinie der Linie Hessen-Darmstadt im Haus Hessen. In Hessen-Darmstadt galt zwar, wie an vielen Fürstenhöfen, theoretisch die Primogenitur. In der Praxis wurden die jüngeren Söhne jedoch oft mit einem Landesteil ausgestattet. So auch Landgraf Friedrich I., von Hessen-Homburg, jüngster Sohn des in Hessen-Darmstadt regierenden Landgrafen Georg G. Alt 1622, der regierende Darmstädter Landgraf Ludwig V., Mit den vereinbarten Apparnage-Zahlungen erheblich im Rückstand war Friedrich I. Er hielt Stadt und Amt Homburg vor der Höhe mit aller Hoch- und Obrigkeit, aber ohne landesherrliche Gewalt und sollte seine Apparnage aus den Einkünften von Homburg bestreiten. Landesherr blieb also reichsrechtlich weiterhin der Landgraf von Hessen-Darmstadt, auf den beispielsweise der Dienstzeit geleistet werden musste. Darmstadt hatte sich jedoch verpflichtet, jährlich 15.000 Gulden an Homburg zu zahlen, aber war dazu meist nicht in der Lage. Auch war im Staatsrecht der damaligen Zeit die Trennung zwischen landesherrlicher Gewalt und einer bloßen Überlassung von Landessteilen zu einer ökonomischen Nutzung nicht eindeutig vollzogen, so begannen schon früh die Versuche Hessen-Homburgs, unabhängig zu werden. 1768 gelang es durch einen Hausvertrag, die sogenannte Vergleichspunktuation, den Verzicht Hessen-Darmstadt auf die Hoheitsrechte über Hessen-Homburg zu erreichen. In diesem Vertrag erhielt das Ländchen zwar eine weitgehende innere Souveränität, aber ob Hessen-Homburg von da an reichsunmittelbar wurde, wird unter anderem von der Historikerin Barbara Döhle-Meyer angezweifelt. Hessen-Darmstadt behielt sich nur die Beziehung zu Kaiser und Reich vor, es vertrat Hessen-Homburg auf Reichs- und Kreistagen und erhob die Reichs- und Kreissteuern auch für Homburg. Hessen-Homburg war demnach nie reichsunmittelbar. Daher kann man die von 1806 bis 1816 dauernde Einleitung Homburgs in Hessen-Darmstadt wohl nicht als Mediatisierung bezeichnen. Hervorzuheben ist Landgraf Friedrich II., der Prinz von Homburg, mit dem silbernen Bein schwedischer und brandenburgischer General, der mit seiner in brandenburgischen Diensten erworbenen Erfahrung eine merkantilistische Wirtschaftspolitik und gezielte Entwicklungsprojekte, einführte. Dazu zählte die Ansiedlung hugenotischer Kolonisten in Friedrichsdorf. Den wirtschaftlichen Aufschwung dokumentiert der frühbarocke Schlossbau in Homburg. Von 1648 bis 1681 spaltete sich die Linie Hessen-Bingenheim ab. Bemerkenswert ist, dass fünf Landgrafenträger des Militär-Maria-Theresien-Ordens waren. Von 1806 bis 1815 war Hessen-Homburg Teil des Großherzogtums Hessen. Am Ende des Alten Reiches bestand Hessen-Homburg aus den Orten Dillingen, Dornholzhausen, Espar, Friedrichsdorf, Gonzenheim, Homburg, Köpern, Oberstädten, Seulberg und der Hälfte von Petterweil. Mit Vertrag vom 26. April 1803 wurde ein Gebietstausch zwischen Nassau-Usingen und Hessen-Homburg vereinbart, bei dem der nassauische Ortke-Dorf an Hessen-Homburg fiel und das 1785 erworbene Dorf Espar an Nassau, Deutscher Bund. Als einziger der 1806 mediatisierten Fürsten erhielt Landgraf Friedrich V. 1815 in der Wiener Bundeshakte sein Land zurück. Meisenheim am Glan, Teil des ehemaligen französischen Departements Sarre. Meisenheim hatte die doppelte Fläche der Stammherrschaft Homburg. Seine Einwohner stellten zum Homburger Jägerbataillon im Heer des Deutschen Bundes. 150 Mann bis 1866 war Hessen-Homburg ein souveräner Staat im Deutschen Bund, dem es am 7. Juli 1817 nachträglich beitrat. Damit gehörte die Landgrafschaft als einziges deutsches Fürstentum nicht zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Bundes, sieht man von dem vom dänischen König regierten Herzogtum Schleswig ab. Im Jahre 1828 trat Hessen-Homburg dem Mitteldeutschen Handelsverein bei. Für das Amt Meisenheim schloss sich die Landgrafschaft 1830 dem preußischen Zollsystem und 1834 auch dem Deutschen Zollverein an. Für das Amt Homburg erfolgte 1836 der Anschluss an das hessische Zollsystem und damit ebenfalls an den Deutschen Zollverein. Am 8. Dezember 1837 trat Hessen-Homburg der am 25. August 1837 in München abgeschlossenen Süddeutschen Münzkonvention sowie am 20. November 1838 der am 20. Juli 1838 abgeschlossenen Dresdner Münzkonvention bei. Gemäß dieser Konventionen ließen die Landgrafen Ludwig und Philipp Münzen im Nennwert von 1,5 und 2 Gulden sowie 1,3 und 6 Kreuzer prägen. Am 24. Januar 1857 trat Hessen-Homburg auch dem Wiener Münzvertrag bei. 1858 bis 1863 wurden 38.000 hessen-homburgische Vereinsdaller geprägt. 1849 wurde in Hessen-Homburg die Ausgabe von Banknoten diskutiert, dieser Plan aber nicht umgesetzt. Ab 1855 bestand in Hessen-Homburg die Homburger Bank als Notenbank, die bis 1876 Banknoten ausgab. Entgegen den Bestimmungen von Artikel 13 der Bundesakte wurde in der Landgrafschaft Hessen-Homburg lange keine Verfassung gewährt. Erst im Rahmen der Märzrevolution erließ Landgraf Gustav am 6. März 1848 die Verfassung von Hessen-Homburg. 1848 wurde auch ein Landtag von Hessen-Homburg gewählt, der jedoch keinen wesentlichen Einfluss haben sollte. Am 20. April 1852 trat durch landgrifflichen Erlass die Verfassung außer Kraft. Als 1866 mit Landgraf Ferdinand der letzte männliche Vertreter des Hauses starb, war die dynastische Linie im Mannesstamm erloschen. Das Land fiel laut Erbvertrag an Hessen-Darmstadt zurück, wurde nach dem Krieg von 1866 im Friedensvertrag vom 3. September 1866 an Preußen abgetreten. Preußen gliederte das Amt Homburg in die Provinz Hessen-Nassau ein, das Amt Meisenheim in die Rhein-Provinz. Mit dem Tode von Auguste Friederike in Ludwigslust am 1. April 1871 und ihrer Nichte Caroline in Greiz am 18. Januar 1872 starb die Linie. Hessen-Homburg aus Stimmrecht im Deutschen Bund. Im Bundestag des Deutschen Bundes 1815 bis 1866 trugen die Vertreter der größeren deutschen Staaten wir ihre Stimmen. Im Plenum hätte Hessen-Homburg nach Art.V.I. das Stimmrecht mit einer ganzen Stimme erhalten, nicht aber im engeren Rat. Hier wurden die kleineren Bundesstaaten und die freien Städte bei Abstimmungen zu mehreren Gesamtstimmen, die nur als Kuriatstimme abgegeben werden konnten, zusammengefasst. In Anbetracht der geringen Größe des Landes wäre es nur natürlich gewesen, dass Hessen-Homburg hier seinen Platz gefunden hätte. In völliger Verkennung dieser Tatsachen forderte man aber, mit Verweis auf die Verdienste in den Befreiungskriegen und die Zugehörigkeit zum alten, hessischen Fürstenhaus eine eigene Virilstimme sowie einen Platz unter den großen Fürstentümern. Auch das Kompromissangebot, in die Virilstimme Hessen-Darmstadt-Sch einbezogen zu werden, wurde abgelehnt. So manövrierte man sich für rund 20 Jahre ins politische Abseits. Erst unter der Regierung des Landgrafen Ludwig erhielt die Landgrafschaft das Stimmrecht. Die Deutsche Bundesversammlung deklarierte am 17. Mai ein 1838-Dekasekunden-Stimmverhältnis der Landgrafschaft mit einer Stimme im Plenum. Nun durfte es sich im engeren Rat den in der 16. Gesamtstimme Vereinigten Fürsten anschließen. Im Protokoll des Bundestages vom 9. September 1842 wurde Hessen-Homburg neben den russischen Fürstentümern, Hohensollern-Hechingen, Hohensollern-Sigmaringen, Lichtenstein, Lippe-Dettmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck in der Liste der Staaten des Deutschen Bundes geführt. Regierung Die Regierung der Landgrafschaft, also die oberste Verwaltungsbehörde, war organisatorisch in drei Abteilungen und die Regierungskanzlei aufgeteilt. Das Regierungsgebäude war das Haus Dorotheenstraße 22, das spätere Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe. An der Spitze der Regierung stand ein Geheimer Rat, 1817 bis 1818, Karl Philipp August Otto Ludwig Freiherr von Zillenhardt, dirigierender Geheimer Rat und Präsident, 1820 bis 1827, Johann Philipp von Herth, dirigierender Geheimer Rat und Präsident sämtlicher Landeskollegien, 1828 bis 1832, Karl Friedrich Justus Emil Ebel, dirigierender Geheimer Rat und Präsident sämtlicher Landeskollegien, 1832 bis 1841, war Kant, 1841 bis 1847, Karl Bernhard von Ibel, dirigierender Geheimer Rat, Ludwig Karl Wilhelm Henrich Proff, Regierungsdirektor, 1848 bis 1862, Christian Banser, geheimer Rat und Staatsminister, 1862 bis 1866, Georg Fenner, dirigierender Geheimer Rat, Der zweite Mann in der Regierung war der Regierungsdirektor, 1818 bis 1820, Karl Philipp Reikard, Regierungsdirektor, 1820 bis 1827, Johann Philipp von Herth, geheimer Rat, 1828 bis 1834, Karl Friedrich Justus Emil Ebel, geheimer Rat, 1835 bis 1835 bis 1851, Ludwig Karl Wilhelm Henrich, geheimer Rat, später Regierungsdirektor, 1853 bis 1861, Johann Wilhelm Zurbuch, Regierungsdirektor, 1861 bis 1861 bis 1866, Ferdinand Wernig, Regierungsdirektor, Justiz in der Landgrafschaft Hessen-Homburg, die Trennung von Justiz und Verwaltung wurde in der Landgrafschaft Hessen-Homburg nicht vorgenommen. Die Rechtsprechung in Zivilsachen erfolgte in der ersten Instanz durch das Justizamt Homburg bzw. das Oberjustizamt Meisenheim. Vergleichbar dem benachbarten Herzogtum Nassau entschieden die Amtmänner als Einzelrichter. Während im Amt Homburg das bisherige Recht der Landgrafschaft weiter galt, wurde im Oberamt Meisenheim der Code zivil angewendet. Als zweite Instanz fungierte die erste Deputation der Landesregierung. Diese hatte mit Dekret vom 18. Februar 1818 die Aufgaben des bisherigen Hofgerichtes übernommen. Ein Gericht der dritten Instanz bestand in der Landgrafschaft nicht. Daher diente das Oberagreations- und Kassationsgericht in Darmstadt als dritte Instanz. Landgrafen von Hessen-Homburg 1622 bis 1866 Friedrich I. 1638 bis 1648 Vormundschaftliche Regierung der Landgräfin Margarete Elisabeth von Leiningen-Westerburg Wilhelm Christoph Gehn Landgraf zu Bingenheim Georg Christian Friedrich II. Gehn Prinz von Homburg General der Kavallerie Friedrich III. Jakob Gouverneur von Tournee Gouverneur von Breda General der Kavallerie Friedrich IV. Karl Ludwig Wilhelm 1751 bis 1766 Vormundschaftliche Regierung der Landgräfin Ulrike Luise zu Solms Braunfels Friedrich V. Ludwig Wilhelm Christian 1806 bis 1815 Mediatisiert zugunsten des Großherzogtums Hessen Friedrich VI. Josef Ludwig Karl August General der Kavallerie Ludwig Wilhelm Gouverneur von Luxemburg General der Infanterie Philipp August Friedrich Gouverneur der Bundesfestung Mainz Feldmarschall Gustav Adolf Friedrich General der Kavallerie Ferdinand Heinrich Friedrich General der Kavallerie Weitere Personen Anna Margarete von Hessen-Homburg Herzogin von Schleswig-Holstein Sonderburg-Wiesenburg Philipp von Hessen-Homburg Hessen-Kasseler Kavallerie-General Ludwig Grunow von Hessen-Homburg Russischer Generalfeldmarschall Elisabeth von Großbritannien Irland und Hannover Die englische Landgriffin Die englische Landwirte von Hessen-Homburg